So, was geht jetzt hier? Der kommt jetzt gleich hier rechts wieder rein. Ja, ist okay. Das war gut? Ja! Die Slicks interessiert uns auch nicht, dass wir da hinten dann... Nein, nein, nein! Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Naja, es hätte ja fast funktioniert. Aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, oder? Okay, das ist eigentlich ganz gut, wenn die nach links laufen. Ich muss dann im Bildschirmwechsel mit dem Slick gleichzeitig den Bildschirm wechseln. Ja, genau. Aber es ist eine ganz gute... Okay. Das ging super. Sehr gut. Okay. Dann holen wir uns hier unseren Glacken. Wird wahrscheinlich wieder der grüne No-Name-Glacken sein. Penner! Da hast du mich auch so im Schlaf gerissen. Was ist denn... Nee. Hier geblieben! Komm her! Komm her! Ähm... Hilfe! Mach sie platz! Komm her! Komm her! So. Mach sie platz! 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 Gut. Mach sie platz! Mach sie platz! Mach sie platz! So ein Loch im Boden! Mach sie platz! 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 Schlimm ist es! Dafür hab ich den doch eigentlich geholt! Fletch! So, die haben jetzt keinen Bock mehr. Jetzt aber. So, jetzt können wir die heilen. Pups, Pups, Pups! Ähm, nee, nicht. Komm! Ich hoffe, ihr seid alle drei. Eins, zwei. Vielleicht sitzt du zwei? Nee, der dritte kommt auch noch angerannt. Schön. So, und damit hätten wir 280 Mudaken. Es fehlen nur noch 19 Stück. Und da hätten wir beinahe, beinahe wär's so weit gekommen, dass wir drei Stück übersehen hätten. So. Äh, was wollte ich machen? Ich glaub, erst oben, oben links erst und dann unten. Ich glaub, hier kommt noch irgendwas, wo ziemlich viele Slicks im Hintergrund sind, glaub ich. Und mit Kisten, irgendwie, dass man sich dahinter verstecken muss. Ach. Jetzt seh ich da schon wieder irgendwas mit A. Das gefällt mir ja gar nicht. Aber ich glaub, das ist das sogar. Mit den Kisten und so. Hi. Ah, okay. Ich bin heute irgendwie nicht ganz bei der Sache. Ich hab das... Was ist das überhaupt? Was macht der Hebel? Ich hoffe, der kommt wieder hoch. Ja, ist... Geht da runter. Oh. Nein, nein, nein. Komm hierhin. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt schon wieder einen getötet hat. Also, was ist das schon wieder? Ich hoffe mal nicht, dass der einen getötet hat. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Dann lieber treffe ich den Typen und jag mich da irgendwie selbst mit in die Luft, als dass der mir die Lundacken da zertrümmert. Das gefällt mir ja gar nicht so. Können wir da... Ich weiß nicht. Können wir da durchschmeißen? Ja, wir können da durchschmeißen. Interessant. Das ist doch gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da unten welche getötet habe. Ich wollte doch gerade nachgucken gehen. Ach Gott, der ist doch... Katastrophe ist das. Kriegt den aber, glaube ich, nicht kaputt, der da am rumstampfen ist. Aber ich würde da auch so... Mit dem Aufzug würde ich da, glaube ich, dran vorbeikommen. Entschuldigung. Ah, ihr lebt noch. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob das... Ja. Warum? Da war eine Kiste von John Crate. Jetzt muss ich da schon wieder runterfliegen, ey. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob ich alle Lundacken habe oder ob ich gerade welche zerstört habe. Da kann man nicht durch. Das ist scheiße. Könnt mich alle mal kreuzweisen, wisst ihr das? Hey, ich flieg hier nur rum. Das ist doch... zum Scheißen, ey. Mann, jetzt muss ich da schon wieder runterfliegen. Das ist doch kacke. Jedes Mal der gleiche Ranz hier. Jedes Mal flieg ich da runter. Bin ich auf der linken Seite. Was viel besser wär. Aber nein. Jetzt. So. Du. Da hinten kannst du mich nicht treffen. Ich bin hinter einer Kiste. Die anderen haben, glaube ich, auch keinen Bock mehr, hier ins Queen reinzukommen. Quick Save. Okay, beide zerstört. Muss ich mir halt noch einen holen. Auch okay. Der weiß schon, warum wir da vorne nicht so lange stehen. Das macht das schon ganz richtig, so. Nee, nee, noch nicht. So. Nee, ich mache erstmal den... Ich glaube, das ist nämlich dafür da, den nach ganz unten zu lassen, genau. So, was passiert jetzt hier? Hier ist bestimmt gar nichts mehr. Sehen Sie? Okay, da sind sechs Stück. Wir haben null Opfer. Die sechs Stück sind alle da vorne. Das ist der Wahnsinn. Das ist super. Und A ist eigentlich nur dafür da. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wofür A da ist. Um hier wieder zurückzukommen, aber wofür? Hier einmal. Kommt mal her, ihr. Hast dich auch mal dazu entschieden, mal deinen Fettarsch zu bewegen. Ich glaube, ich denke mal, die anderen sind auch betrunken. Das ist nicht lustig. Ich habe mir wehgetan. So, die letzten. Holen wir jetzt noch ab. Die werden jetzt hier hoffentlich nicht erschossen. Er bleibt schon ziemlich lange da hinten stehen. Und der Weg dahin auch noch halt. Ah, locker lässig, so. So, wir alle. Sind das alle sechs? Eins, zwei, drei, vier. Weiß ich nicht. Eins, zwei. Einmal durchzählen, bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, okay. So, dann machen wir das so. Ich weiß nicht, wofür hier A da ist. Ich gehe jetzt trotzdem mal rein. Vielleicht erwartet mich da ja noch irgendwas super tolles. Aber ich glaube nicht. Wow. Der Tod erwartet mich da. Auch was Tolles. Weiß nicht, wofür ist das da? Und dann kann man doch nicht mal durch das A wieder zurückgehen. Weil die Tür einfach direkt wieder zu geht. Voll dumm. Tja. Super. Alle mal schaffen. Du hast einen meiner Leute getötet. Du hast noch einen meiner Leute getötet. Der hat einfach noch ein paar Mal auf der Matsche-Pampe-Zeug eh schon nochmal draufgeballert. Ach man, das kann doch nicht sein. Warum bringst du ja einfach einen von meinen Leuten um? Ich finde das nicht okay.